G ist auch auf den Divinity-Kanal. Nee. Okay, okay. Er schickt nochmal Link rein. Schick Link. Warno. 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 Und wenn ihr ganz genau schaut, seht ihr oben rechts. Und will rechts nur auf sein. Joel. ich sehe gar keine mehr macht jetzt groß ich hatte meine haare sind richtig fertig aus dass sie nicht jetzt ja mal nur zu viel wachs drin meine haare sind richtig fertig aus ok ich sehe mich zum glück erst mal das lagen. Ey Gott! Manuel, ich stream das gerade auf dem DVD-Kanal. Was ist das? Er mag es halt noch größer. Mag es halt klein. Manuel, ich habe gerade Leute aus meiner FL geschickt. Ganz ehrlich, halt die Fresse, Manuel. Wir werden nicht schlecht gerecht damit. Hm? Weiß ich keine Facecam mehr. Nein! Nein! Nie wieder! Albträume! Wie kannst du mir das so anstellen, Mann? Hab gerade Mano gesehen, muss mich hier umbringen. Sieben Zuschauer, sogar nicht so viel im Channel. Mano, es schaut dir irgendwelche Randoms zu. Doch, das geht sich aus mit Sieben. Marco auch guckt. Musikbot guckt aber nicht. Ne, ne, es sind die Leute, die Fehler denen das noch geschickt hat. Mano, oder? Tja. Mano, mach den Stream jetzt aus. Tja. Tja. Vielen Dank.